Gott sei Dank und Segen. Was bedeutet es eigentlich, in der Heiligung wandeln, damit ihr die Taten des Fleisches nicht tun? Was bedeutet das, Heiligung? Abgesondert bedeutet es, getrennt von dem, was der Finsternis angehört, getrennt von dem, was der Gott dieser Weltzeit eigentlich in der Hand ist, um diejenigen in die Irre zu führen, die, obwohl sie die Herrlichkeit um sich herum sehen und nachsinnen, trotzdem nicht zu Gott kommen und ihm nicht die Ehre geben, wie es sich gebührt. In Römer Kapitel 1 ist das schön zu lesen, was es überhaupt ist, das Herz des Menschen und wie er da wandelt in der Welt. Die Menschen erkennen schon, dass es ein Schöpfer ist. Die Frage ist nur, wen machen sie zum Schöpfer? Ja, machen sie irgendeine Person zu ihrem Schöpfer oder einfach zu ihrem Meister, in Anführungszeichen, wie die Hindus und die Inder, wie die, ja, die Hindus ist sogar noch, dass sie 20 Millionen Götter haben, das sind alles Dämonen, ja. Sie haben die Sterne und alles angebetet zu ihrer Zeit, und das ist eine lange Zeit, ja, und das machen sie eigentlich immer noch, aber sie erkennen das nicht mehr, obwohl das Erkennbare, ja, was von Gott geschaffen ist, das ist vor ihren Augen, aber sie wollen lieber in den Spiritismus und so gesagt, Mann, sie wollen lieber Sauberei betreiben, ja, dort ist es ganz normal, dort brauchst du keinen zu fragen, was ist Magie, was ist das, was ist der Baum anbeten und so, die kennen das, Waldgeister und all diesen, diesen Kram, aber die kennen das, ja, die denken, das ist alles korrekt, ja, jeder soll sich seinen Gott selber suchen, ja, jeder soll tun, nachdem, wie es da verlangt wird von diesem Dämon, oder, sie nennen es ja Götter, ja, und bei den anderen wieder, ja, haben ihre Idole, machen sie gross, ja, machen sie zu ihrem Gott, wollen ihm gleich sein, was unter den Menschen hier unten gross ist, das ist ein Gräuel von Gott, ja, aber was für eine Art von Gräuel, weil der Mensch macht genau das, was der Teufel selber gemacht hat, ja, sich selber zum höchsten Instanz setzen, die höchste Autorität setzen, seine eigenen Pläne schmieden und eigene Pläne ausführen, auch wenn sie völlig, völlig abwegig sind, völlig falsch, niemand darf es sogar wissen, so schlimm sind diese Pläne, sogar die Pläne, diese Pläne sind sogar für den anderen schädlich, ja, für den Nächsten, aber sie machen das, aber es ist alles offenbar von Gott, und der Herr wird es offenbaren, wenn das Gericht kommt, ja. Nun aber, die Kinder Gottes, ohne Heilung werden wir Gott nicht sehen, das ist ganz klar Sache, ja, Absonderung heißt Heiligung, wir sollen komplette Trennung haben von dem, was wir früher einst getan haben, ja, also, einige werden jetzt sagen, das ist übertrieben und alles, ich verstehe, dass das einige so natürlich meinen, ja, und das ist kein Problem, das ist ja auch unsere Weltzeit, ja, und darum hat der Herr ja auch in der Offenbarung ja gesagt, was er mit den Lauwarmen macht, das bedeutet, es gibt solche, die alles gut heissen, die auch mal sagen, ja, komm jetzt, also, der missionieren und so, oder in den Gottesdienst gehen, oder einfach mal den anderen besuchen, oder ach, komm jetzt, also, nein, das mache ich doch nicht, und für andere da sind, ja, ab und zu vielleicht, wenn überhaupt, ja, wenn man das alles vernachlässigt, ja, lauwarm ist das, lauwarm wandeln, mit der Welt, mit der Welt gemischt alles, ja, und da wirst du vergehen, der Herr verlangt von uns alles, und das ist ganz einfach sogar, weisst du wieso, ja, weil der Herr doch durch uns groß sein soll, ja, der Heilige Geist soll doch in uns grösse werden, immer mehr und mehr Platz einnehmen in unserem Leben soll, unser lieber Herr Jesus Christus, er soll doch die Nummer eins sein in unserem Leben, das ist ja das Ziel, er selber, ja, wenn wir bei ihm sind, das ist für uns gar nicht mehr vorstellbar, ja, das ist weit über dem hinaus, man schau mal, wie verherrlicht er, mit dem verherrlichten Körper, unser Herr Jesus Christus hat doch nichts mit dem gemeint, was die da unten gesehen haben, unseren lieben Herrn Jesus Christus, so, liest mal Jesaja 53, wie verachtet der Herr war, wegen seinem Aussehen, wegen dem, was er ertragen hatte, und siehe mal da, bei Offenbarung, Kapitel 1, die erhöhte Personalität unseres Herrn, genau so war der Herr von Ewigkeit zu Ewigkeit, verstehst du, wir dürfen und müssen, das ist eine Hauptaufgabe, uns absondern, ja, das Blut Jesus trennt uns von allem, was zu Finsternis angehört, ja, unser Glaube ist es, der diese Welt überwindet, heisst es, also, was ist da unmöglich, ja, alles ist möglich dem, der da glaubt, heisst es, ja, es steht alles für uns geschrieben, ja, das Gebet eines gerechten von Markus, wenn es ernsthaft gemeint ist, ich habe das extrem ernst genommen, diese Verse, ja, alles ist möglich bei Gott steht da, da habe ich extrem ernst genommen, ich habe vieles mit dem Herrn aufgeschrien, soll mich trennen von allem, was mir von ihm trennen könnte, und voilà, das ist das Ergebnis, ja, ich habe von vielem mich distanzieren, nicht nur distanzieren, sondern, ich bin wieder von ihm geglockt, ja, das ist keine neue Begebenheit, oder so, irgendetwas, das ist seit langem, ja, wir machen uns auf dem altigen Fehler, das ist gar kein Thema, es steht ja vor, wir machen immer Fehler, wir sündigen immer, leider, ja, darum war der Herr ja auch Kreuz im Golgotha, ja, vor den Toren in Jerusalem, vor den Angriffen, die wir getrunken haben, die wir leider auch tun, und die wir leider auch noch tun werden, ja, das, das ist Berlin, das wird nicht aufhören, allerdings, Trennung von den Bergen der Fenster, die kannst du, du kennst all diese Berge, die sind auch allesamt, allesamt offen vor unseren Augen, alles, ja, und wir müssen uns davon trennen, und was kommt dazu, das muss ich dir sagen, der neue Wund, in dem muss man wandeln, du kannst jetzt noch sagen, ja, ich kann im alten Wund sein, es ist gar kein Problem, da muss ich dich dann fragen, worauf setzt denn du deine Priorität, wenn du im alten Wund wandelst, bist du nicht im neuen, du kannst es nicht mischen, da musst du dich entscheiden, was mache ich jetzt eigentlich, ja, der alte Wund ist ans Kreuz gebracht, alles, ja, das war kein vollkommener Wund, ja, das ist alles eigentlich abgeschlossen, komplett, es steht eigentlich alles so geschrieben, aber es gibt Denominationen, die, die wollen, dass sie dich verstehen, das finde ich so gewaltig, ja, aber, so viel sage ich einfach, irgendwann bist du im alten oder im neuen Wund, da kannst du nicht mischen, hin und her, da kannst du nicht so einen Bibelfers lesen, und den anderen dann, der gleich darauf folgt, loslassen, der Herr hat selber gesagt, ja, es ist vollbracht, es ist beendet, alles, damit hat der Herr einfach alles gesagt, ja, alles ist beendet, ja, und in der Offenbarung sagt der Herr, dann, was da wirklich gemeint war, ja, siehe, ich mache alles neu, mehr weiss ich jetzt nicht auswendig, da zitiere ich auch nicht, wenn ich das nicht kann, ja, aber der Herr macht alles neu, komplett, ja, der Herr hätte diese Welt auch einfach nur restaurieren können, und wieso nicht, man sieht doch, sieht doch alles ganz schön aus, oder, durch die Augen des Herzens, es ist doch wunderschön, ich habe solche Herrlichkeit nie gesehen, egal ob Schnee, Regen, mir ist piept, egal, Samstag, Sonntag ist sogar sehr viel Schnee, äh, Schnee, Regen, Gewitter und alles angesagt, aber da bin ich unterwegs, wo Gott will mir erlaubt, da wird es mir genauso gefallen, weil es ist doch nicht mehr durch die natürlichen Augen, also der Herr hätte auch alles nur restaurieren können, für was ein neuer Himmel und eine neue Erde, was meinst du? die Sünde muss komplett ausgetilgt sein, diese Weltzeit muss zu Ende gehen, mit allem, was darin ist, ja, dies alles muss weg, es kommt alles, alles anders, wie wir es uns jetzt gerade auch nur irgendwie vorstellen könnten, ja, jetzt gerade im Himmel, wir wissen nicht, wie das ist, die können uns das nicht vorstellen, auch wenn einige meinen, sie können sich das vorstellen, ja, das kannst du nicht, geht nicht, das geht über alles drüber hinaus, das sieht man auch, wo der himmlische Jerusalem beschrieben wird, ja, die Steine werden etwa ähnlich gesagt, ja, wie diese Steine, die wir hier unten haben, die wir kennen, aber das ist in einer himmlischen Ebene, das muss du dir im Klaren sein, das ist anders, das kennen wir nicht, das ist uns auch so gesagt, ja, das ist alles eine eigene, ähm, es unterscheidet sich, ein Fleisch vom anderen, ja, und ein Stern vom anderen, eine Helligkeit auch, und so ist es auch im Himmel, ja, aber es kommt ein neuer Himmel, eine neue Erde, was für eine Herrlichkeit, lohnt es sich da nicht, so zu leben, wie der Herr es möchte, ja, es gibt Kriterien, weisst du, es gibt Aufgaben, für uns zu erledigen, und das finde ich ziemlich spannend, dass das nicht jeder so unwurding kapieren möchte, ja, wir sind allein durch Gnade errettet, aber ohne Heiligung werden wir Gott nicht sehen, heisst das, das heisst, ohne Absonderung von dem, was uns beschmutzt, fortwährend beschmutzt, ja, wir bleiben nicht ohne Sünde, wer sagt, ich habe keine Sünde, der ist dein Leben, und der macht den Sünden, ja, der es uns gesagt hat, dass wir Sünde sind, ja, dass wir nur durch sein Blut gereinigt werden, und gerechtgesprochen werden, dann würde ich erst Johannesbrief noch wissen, allerdings, wenn du da weiter wandelst, in der Finstern ist die ganze Zeit, und irgendwie das Gefühl hast, das ist doch okay, und eigene Reglemente, eigene Gesetze, und das wird dann nicht gut enden, ja, ich habe selber so gewandelt, und ich kann dir nur sagen, nur mein ganz ehrliches Aufschauen zu mir, dass er mich trennen soll, von einem Berg an der Finsternis, dass er mich allgemein, von gewissen, ganz speziellen Sachen, komplett trennen soll, dieses Aufschauen, hat der Herr so was von gehört, ja, ich musste dem Herrn sogar, mit gewissen Sachen drohen, ja, das ist alles, aber das ist dann ganz persönlich, zwischen mir und dem Herrn, aber der Herr hat reagiert, weil ich habe es ernst gemeint, weil ich möchte vollumfänglich abgesondert sein, komplett, ja, von dem, was der Welt angehört, weil ich mag das nicht, was da in der Welt ist, ja, andere mögen es vielleicht auch nicht, aber doch lassen sie es zu, lass es nicht zu, es kann ein fatales Ende nehmen, lass es nicht zu, diese Welt vergeht, ja, aber wer den Willen des Herrn tut, der bleibt in Ewigkeit, ja, unser Ziel, ist die ewige Herrlichkeit des Herrn, für das würde ich mein Leben auf der Stelle hingeben, dass es kein Pfifferling wert hier unten, ja, mein Leben ist oben, mein Leben ist verborgen in Christus, ja, ich habe eine Wohnung da oben, das habe ich meiner Schwester sogar gesagt zuletzt, meine Wohnung ist da oben, nicht hier unten, ja, nicht hier, das hier ist, das ist eine grosse Aufgabe, die wir allesamt haben, dem Herrn nachzufolgen, aber eben, die ist meine Erwarnung an dich, die Zeit ist unfassbar nah, ja, ob das einer versteht oder nicht, das ist nicht wichtig, einer kann sagen, ja, das sagen die schon lange und so, da könnte ich dir jetzt wieder zeigen, wo, wie, was lesen, aber das lasse ich, weil jeder macht sich eigene Lehren, komischerweise, es steht alles doch klar geschrieben, der Heilige Geist zeigt es doch auf, ja, wenn man allein die Nachrichten kurz anschaut, und es nur mal einen Moment innehaltet, und alle Bibelferse, die man kennt in den Sinn kommt, was die Endzeit betrifft, wir sind mittendrin, nicht nur dabei, was erwartest du noch, was erwartest du noch, die Zeit ist da, die Zeit läuft ab, mit was beschäftigst du dich noch, wohin führt dich dann wirklich, das sind ernste Sachen, und mit dem beschäftige ich mich immer, wenn ich sehe, wie es bei der Arbeit dazu geht, jeden Tag wird es irgendwie jetzt sehr viel eigenartiger, ich sehe die Blicke von den Menschen um mich herum, und was sie da in der geistigen Welt tun, das weiß ich nicht, weil da blicken oft nicht mehr die Menschen durch, sondern der Teufel selbst, auf eine Art und Weise, wie ich es natürlich nicht verstehe, aber irgendetwas planen sie immer, wollen mich in die Sünde treiben, mit irgendeinem falschen Wort aus meinem Mund, dass ich vielleicht aggressiv werde, oder so, weil sie machen extra viel Fehler und alles, ach, und noch viel mehr, das weiß ich aber alles, das ist genau das, was in der Endzeit eben passiert, dass die Menschen, die Menschen haben einfach kein Herz für gar nichts, sie bezeichnen sich selber mit Wörtern, die ich dir gar nicht sagen kann, und zwar öffentlich, sie sagen über sich selber schlechte Sachen, und finden es okay, sie machen den Nächsten kaputt im Herzen, und dann denken, das ist nicht so schlimm, das ist okay, sie hören auf gar nichts mehr, auf niemand, auf nichts Gutes, und das ist unsere Zeit, und es wird Tag für Tag immer schlimmer, wie wandelst du nun, du musst denken, du bist wie Lob, in Sodom, wie wandelst du, das ist der eigentliche Sinnbild für uns, es kommt nicht wieder mit Wasser, oder so das Gericht, das Sinnbild von Noah ist, dass wir in der Arche drin sind, wir sind diejenigen, die rufen, Noah war der Prediger der Gerechtigkeit, und 100 Jahre hat er doch geprägt, oder? Die haben nicht gehört, jetzt wird seit 2000 Jahren gepredigt, aber haben viele gehört, viele sind zum Glauben gekommen, aber wie viele von denen, haben es dem Wirt doch geschafft? sicherlich viele, die Frage ist nur, gehörst du denn dazu? Wenn du jetzt sagst, einfach ja, prüfe es mal nach, bist du im neuen Bund, bist du wirklich drin? Prüfe nach, das Abendmahl, nimmst du es überhaupt ein? Ja, wenn du sagst, ups, nein, und dann wird es kritisch, ja, der Herr sagt, du hast gar keinen Teil an ihm, wenn du das Abendmahl nicht nimmst, also solltest du das rasch ändern, ja, wandelst du noch in Unzucht, oder treibst du sogar noch Ehebruch, ja, dann wird es kritisch, der Herr sagt ganz genau, wer gerichtet wird, ja, ich richte nicht über dies, was du Falsches machst, ich weiss es ja nicht, und ich weiss auch nicht, wer das ansieht, aber mir lag das alles im Herzen, um diesmal so offen zu sagen, weil die Welt wird immer schlimmer, und die Geschwister zum Teil, auf der ganzen Welt, die sind mittendrin im Kampf, genau wie, also wenn ich so viel durchzustehen und zu kämpfen habe, und so viele Versuchungen, die ich widerstehen muss, ja, wie geht es den anderen, die vielleicht noch schlimmere Zustände sind, die vielleicht sogar kurz davor sind, vom Glauben abzufangen, die vielleicht sogar falsch wandeln und merken es nicht mehr, die vielleicht im alten Bund sind und merken es gar nicht mehr, ja, wie sieht es aus, bist du im neuen Bund, ja, und wie sieht es eigentlich aus, bist du getrennt von der Welt, oder machst du dir einen eigenen Sauerteig, das mal als Sinnbild für mich, jetzt so zum Aufzeigen, du hast schon den Sauerteig, der Pharisäer ist etwas anderes gemeint, aber wenn du das alles mischst, das von der Welt, in die leere Christus irgendwie hinein mischst, und sagst, ja, das geht auch, ja, das geht auch, ja, das ist nicht so schlimm, aber wandelst in Unzucht, wandelst, bist sogar vielleicht ein Ehebrecher, ja, verschmutzt immer wieder dein Herz, ja, was meinst du, und du merkst es nicht mehr, das heisst ganz klar, der Teufel hat dir die Augen geschlossen, oder du merkst es, dann heisst es gut, der Teufel ist neben dir, und läuft mit dir, der Herr ist dann hinter dir am Laufen, nicht mehr vor dir, der Herr schlägt dich mit dem Hirtenstock immer wieder auf den Rücken, dass du aufwachst und aufwachst und aufwachst, dass du ja nicht verloren gehst, und somit ruft der Herr durch deine Brüder, ja, wie sieht das Ganze aus, wie sieht das Ganze aus, was wirst du tun, was wirst du nun tun, nachdem du diese Botschaft gehört hast, wie du es natürlich von vielen vielleicht gehört hast, und du interessiert hast, und was wirst du nun machen, diese Welt, ja, die ist bald, die ist bald für uns, nur noch so, ich hoffe nicht einmal eine Erinnerung, ich will mich nicht daran erinnern, an diese Weltzeit, ich will einfach, wenn die Herrlichkeit ist ja angeht, nur in Geschwister zusammen, und allesamt dort oben, ja, viele, die ich kenne, müssen durch Sachen umkehren, die sind spiritistische Natur, satanisch, satanische Lehre, andere wieder sind in dem alten Bund drin, und andere wieder haben grössere Probleme, wie das praktisch, aber jeder einzelne weiss Bescheid, Umkehr und Pusse muss geschehen, ja, sonst sind wir eigentlich nur, ich muss es so böse sagen, kann nicht anders, sonst sind wir nur wie die Katholiken, die gehen sonntags in die Kirche, wo sie sagen, ja, beichten ihre Süd, und dann geht es weiter, ja, ich habe da schon einiges so durch, mit katholischen, katholisch, erzogenen, die ganz fromm jeden Sonntag in die Kirche gehen, danach wandeln sie wieder in der Unzucht, und zwar komplett, ja, haben eine Freundin, sind mit ihnen zusammen, sogar in einem Haus, ist alles für sie piepegal, aber es tun ganz fromm, ganz fromm, ja, Händchen, so ganz unten, und tief halten und den Blick leicht gesenkt und schon fromm reden, aber wehe, wenn du weg hörst, ja, dann wird geflucht und dann wird auch, schlechtes gesagt, über andere und klein gemacht, ausgelacht, ja, wird mit anderen geflirtet, das ist alles von Normalität, ja, anderen Frauen nachgeifern, ja, sie anmachen, ja, das ist nur ein kleiner Teil, ja, das ist nicht zum darüber urteilen, das nur mal so aufzuzeigen, was so im kleinen Rahmen, mal aufzuzeigen, was da so los ist, das sind fromme Menschen, die kennen es, ja, die wissen Bescheid, um was es geht, ja, sie denken, sie können sich den Himmel irgendwie verdienen, das sehe ich schon, was sie da tun, sie tun, sie machen einen guten Mensch, du kannst den Himmel nicht verdienen, ja, wir haben diesen Geschenk bekommen, durch unseren Herrn Jesus Christus, und er hat uns ganz klare Worte gesagt, wir sollen uns trennen von dem, was der Finsternis angehört, ja, und zwar indem er gesagt hat, durch die Apostel, ja, ohne Heiligung wirst du Gott jetzt sein, und das sollen wir in die Tat umsetzen lassen, durch unseren Herrn, dazu braucht es völlige Hingabe, jedem nach dem Mass, dem es gegeben ist, aber ich kann dir versprechen, und du kannst diese Trennung von der Finsternis, Gewalt bekommen, ja, sage nicht, es geht nicht, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus heisst, Philippa 4,13, zitieren kann man es viel, aber, verstehst du auch, dass dies wirklich so ist, akzeptierst du, dass Gott alles kann, ja, alles, wie es in seinem Wort steht natürlich, ausserhalb davon macht der Herr nichts, das musst du dir klar sein, ausserhalb von dem, was in der Bibel steht, macht der Herr nichts, und Punkt, kannst du noch so diskutieren, kannst du noch so hineinposaunen, dies, wie es in der Bibel steht, ausserhalb davon geht gar nichts, ja, kannst du keine Bücher mehr hinzunehmen, keine, keine weiss ich was, da geht gar nichts mehr, keine Neuoffenbarungen, und was auch noch alles dazukommt, oder ähnliches ist, das geht nicht, das musst du verstehen, ja, ich glaube daran, dass wir nur noch kurz Zeit haben, und dies war nun meine längere Botschaft, und ich bin ja fast schon, ich bin fast schon 3.4 vom Weg gelaufen, ich wollte nur kurz etwas sagen, aber, ich hoffe, auch wenn es jetzt ein bisschen länger gegangen ist, um dir dies weiterzugeben, dass du dies wirklich ernst nimmst, ja, ich könnte noch einiges jetzt erzählen, wegen, wegen der Arbeitsstelle, was da los ist mit den Personen, aber, ich glaube, das würde zu weit gehen, und würde auch, irgendwie, zu sehr den Rahmen sprengen, ich hoffe, du nimmst es wirklich ernst, wenn ich es nicht gut rübergebracht habe, tut es mir natürlich leid, aber, das ist alles, ganz genau so, biblisch korrekt, das versichere ich dir, du sollst es natürlich prüfen, aber ich kann dir sagen, genauso wie ich es dir gesagt habe, ist es, nun bist du dran, wenn du Hilfe brauchst, wirst du Hilfe bekommen, ja, und zwar nicht einfach von mir, wer bin ich schon, ja, nur ein elender, Knecht, ja, sondern alle anderen, die hier auch im Kommentarfeld aktiv sein dürfen, können und sollten eigentlich, ja, und die können auch helfen, wenn irgendein Sektierer kommt, dann ist ganz klar, irgendwie, irgendeinen alten Bund, oder so, irgendetwas so aufsagt, der wird selbstredend gesperrt, das muss sein, weil, das ist extrem gefährlich, ja, das muss dann geschehen, oder wenn irgendeiner die Sünde einfach gut teilt, und so sagt, ja, das ist doch nicht so schlimm, und so, der wird ganz klar, also zurechtgewiesen, und, wenn er nicht versteht, dann muss auch gesperrt sein, weil, viele gehen dann in die Irre wegen dieser einen Person, und das darf auf keinen Fall geschehen, ja, also so viel Verständnis, glaube ich, sollte jeder dann haben, wenn er gesperrt wird, und, ja, Amen.